Gibt's auch nicht. Ich muss auf jeden Fall da dran. Falsche Taste. Das geht auch nicht. Ja. Hallo. Perfekt. Das kann doch nicht wahr sein. Das euch darf jetzt nicht drum schreien, denn wir haben Wieso? Wieso trifft das nicht? Wir haben jetzt inzwischen schon 2 Uhr nachts und alle anderen schlafen. Deshalb Was ist denn los damit? Ah. Nein. Bin dran gekommen. Hm. Das ist genauso wie das Lied gerade. Bin schon wieder dran gekommen. Hä? 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 Ach, nicht. Es ist zu scheiße für mich. Oh. Das war Glück. Geh ich jetzt da hin? Na ja. Laufen wir. Ich weiß nicht, wohin. mit irgendeinem extra Level. Okay. Super. Was will er mir jetzt damit sagen? Nein. Also scheinbar gab es damals nur Holzhäuser und wir waren schon eine angesehene, wohlhabende Familie. Ah. Die schon wieder. Oh. Machen wir die Kleine erstmal weg. Ne? Auf. Auf. Au. Back here. Okay. Oh. 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 Die nächste Oster Und das war's Wir brauchen noch den Star Den Star Den Star Noch eine Oster Das kann doch nicht Okay, da ist nichts Können wir vielleicht hier vorher schon was Nein Tanzt ist totes Alice, dieses Showplakat, es ist ruiniert Wenn ich's nicht wieder hinkriege, macht mich der Zimmermann zu Muschelkalk Muschelkalk Ähm Gut Muschelkalk ist doch das, was man immer unter... Die Ordnung der Dinge ist mir oft ein Rätsel Dir auch Kann ich das jetzt nicht schon machen Ich brauche das Plakat jetzt Gut, ich könnte noch nichts machen Wieviel brauche ich denn noch? Eins, zwei, drei, vier Hier unten muss noch was sein Lauf, Alice Hilf mir das Plakat wieder zusammenzusetzen Meinst du, was ich gerade tue? So, und dann Hm Haben wir hier noch ein bisschen was Zeug Und dann müssen wir wahrscheinlich hier entlang Hm, ich höre gerade, dass meine Festplatte richtig am Arbeiten ist Aua Hallo Nein Na Au So So, jetzt schnell genug hoch Monoskill using Voller Wind So So Ist weg Warte mal, wie viel haben wir jetzt schon? Ich habe keine Ahnung Ja, ich werde auf jeden Fall rechtzeitig zurückkommen So So Hier waren noch irgendwo Kisten Genau da Dann kann ich meine Rosenblätter wieder auffüllen Oder auch nicht Weil da ja gar keine Rosenblätter drin sind Ich bin so schlecht Oder einfach nur gerade Inkompetent Schnell Schnell Bevor die Show beginnt Ja Bevor die Show beginnt So Komme ich irgendwo weiter Nein Guck mal Die Programmierer waren Sich selbst Fein da unten Boden hin zu machen Ist auch nichts mehr Obwohl Nein Ist auch nichts mehr Da komme ich auf jeden Fall nicht dran So einfach Hm Nein Puh Hier fehlt noch ein Teil Da habe ich jetzt dummerweise Keinen blasten Schimmer Wurde ich das herbekommen Und da oben Und dann da oben Ja super Ja super Was Ich muss in der festgelegten Zeit Ich muss in der festgelegten Zeit Ich muss in der festgelegten Zeit